Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. See her? She's so short and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why? It's a DJ who keeps on playing Summertime Sadness. After you're out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. No, perfection. Yoghurt, Crips, or Boktorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das einfach gekommen. Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederfreistiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbieten... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißenes deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messerkabel hält! Jahrelang hat das Militärmalar-Aktionen nur verhindert! Es hat mit jedem nur als wittlichen Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan, um Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verreiter! Von allem Anfang an bin ich doch verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! verraten! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! ohne Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse Irren Sie sich gewaltig Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf Tun Sie, was Sie wollen Und Sie wollen, was Sie wollen